Electric Stuffs Oh, wie viel machst du denn von den... Hey, was ist das? Meteor-Chip? Ja, dann könnten wir den Spitzacken und so machen. Schwupp! Schwupp! So, die beschützen jetzt unser Dorf. Wo sind unsere Zombie-Pigmen verflucht? Ja, die sind irgendwie disappeared, während wir nicht die Chunks geladen haben. Schade. So, alle wieder da? Ja, ich muss eben noch kurz meine Spitzack reparieren. Lol. Okay. Gut, dann können wir wieder rein. Moment, ich muss erst mal mit Stuff loswerden. Ich hab mein Zeug runtergeschmissen. Ja, mach ich immer. Goldene Federn, haben wir da noch welche? Goldene Federn, äh... Ich glaube zwei sind hier unten in der Kiste. Ich glaube dran, oder? Ja, zwei Stück. Die Random-Kiste. Die, äh... Falls jemand einsortieren will, kann er das machen. Die, äh... Ja. Lol. Wieso schlägst du denn mich jetzt? Ich hab gehofft mit meinem Knockback hau ich dich zurück über die Brüste. Und wer schlägt dich denn? Okay. Am Ende stürzen die Golems sowieso alle hier die Schlucht hier runter. Nochmal, bisschen drehen. Ja gut, dann... Fluch dort oben sind sie. Jetzt spawn ich im Keller einen Zombie und jetzt sind die ganz dort oben. Da, 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 da... Da, da, da... Da, da, da... ich bin tot ist tot nein das sieht interessant aus da unten ist wasser meinst du das wasser kann man rein ohne dass man wieder im limbus kommt probier's doch mal auf jeden fall mal dass das habe ich übrigens auch auf dem screenshot da ist eine kiste dahin ja da geh ich grad hin übrigens auch auf dem screenshot gesehen was das habe ich hier auf das gebilde das habe ich auch in der wick und was war an der kiste nicht das ist jetzt der hub werden in jeder himmelsrichtung türen tatsächlich und die in der mitte sind wir da gekommen nach oben gehen gut dann müssen die da hinten fangen wir mit der welcher gegenüber der wo wir rausgekommen sind warte mal das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen kommt dann nicht gleich lava ja kommt auf uns zu und kommt auf euch zu nein doch die wand kommt auf uns zu ehrlich da hinten die die seiten werden also ich sehe dunkelheit auf uns zukommt ja ja die kommen da auf uns zu die frage ist was ist wenn wir die jetzt abbauen ok wir müssen die seitenwände glaube ich abbauen das ist obsidian oder bad rock das hat noch bad rock aus ok ok gehen wir wieder zurück das bringt nichts ich bin schon extra wieder rausgegangen weil ich habe die erfahrung damit gemacht dass ich da nicht wusste was ich machen soll das ist noch eine kiste gehen wir links zur nächsten wo zeiger sind wow flucht warum ist das so dunkel flucht so nein jetzt ist hell jetzt wäre so ein turm ich sehe nichts ich kann ich mir wieder mit zwei dingern oben ja mit zwei dingern eine geht wieder raus und die andere geht tiefer rein die paar lol alter das ist richtig assi hier geht der boden und die die wände kommen dafür geht der boden langsamer das müssen wir mal ein menschen ach die augen schon wieder ich hörs doch schon wieder ja richtig tolle leistung ach lag klappt schon schau wunderbar verflucht ich wollte es richtig probieren aber die augen die machen einen zeitdruck ja seid ihr denn auf der anderen seite nein warte quipfeuer ist irgendwo ich weiß nicht ich hab bloß schon wieder ein auge gehört ach jetzt bin ich bei dir ja gehen wir durch ja hier ist ein quipfeuer schmenn ich sehe nichts hey geh weiter haha hier wärst du in ein loch reingefallen schon wieder das passiert man da und okay hier ist irgendwas interessantes ein gang der führt stimmt lol das habe ich noch nicht gesehen hier ist ein schalter warte mal kurz und hier hinten geht es auch wieder in die oberwelt denn schalter sollten wir drücken ich wusste es kann man doch abbauen und ganz viel eisen ja mach cool aber ich höre schon wieder die augen ja aber die solange die einen nicht sehen sind wir solange die uns nicht sehen wollen wir mal hier stehen bleiben da hinten geht es glaube ich wieder raus ne hier passiert nichts dann geht es raus und raus geht raus direkt in die lava na klasse ja ja ich bin auch schon auf dem weg zurück ich sehe nix dann lauf vor ach das war das hm umgekehrt das ist viel lästiger ja geh unten rum her flieg nach unten flieg nach unten warum nach unten fliegen ja aber dann kannst du unten drunter her dann wirst du nicht geblockt von den dingern schwupp ja ach die Pferden mach uns bitte weg ich habe es doch weg gemacht du hast es nicht weg gemacht lol ah doch jetzt das hat sich bloß bei mir etwas verzögert ok ach wir sind wieder hier ok ich bin wieder im Uhrzeigersinn alles klar und da gibt es drei Türen dann wow warte mal kurz ich bin voller coole Waffen wechsler und da bin ich erstmal du hißt das eigentlich wie schnell ich die Waffe wechsler Ja ich weiß quasi inction ha Stuart er hat sich verlauven hast du die Western sind statt denn schon wann im Wasser nee ja dann ging es ok na geh mal runter soll ich dich ruhig einmal raus numéro ich euren namen cool das ist aber ausmacht war eine coole kiste ein bisschen mehr kontext dann wissen wir auch warum ich habe 25 krepp weg auf reality bekommen also die schwarze zeug hier das braucht man früher wieder links oder das sind keine ahnung das ist schon wieder so eine neue aber das ist was anderes okay die wand kommt auf einen zu aber ich frag mich warum was das soll diese kisten unter den blöcken kisten hier kommen so viele kisten wie möglich deswegen ich habe mich schon gefragt nichts besonderes weil es nicht überall kisten darunter nicht überall aber unter einigen tun gehört kommt ich habe auch jetzt 30 fabric of reality und was macht man damit das kann man blazen das hat man zur sprache block glaube ich glaube hier ist eine twip war ja rückst du schon mal weiter war auf dem stab ok ihr könnt runter schneller schneller immer diese ängstlichen wenn man fällt dann fällt man halt punkt ja das ist voll ja der man fällt man brainfuck sagst du alter guck da war ich mal einmal nicht vorsichtig haben mich gleich runter gesegelt auf jeden fall eine tür hier oben wo ich bin oben ich dachte es geht runter noch von da sind wir doch glaube ich gekommen und was ist eine hier von hier sind wir gekommen glaube ich jetzt hat sich eine holztür hier um die ecke tatsächlich wo kommt die her weil hier eine wand ist haben wir die nicht gesehen daran vorbeigelaufen loll ist steilisch die druckplatte unter euch ja nichts ouch ja pass auf hier ist ziemlich eng so was hat es hier hinten ist etwas offen und wie soll man das jetzt aktivieren ohne druckplatte das ist schon aktiviert wir hatten doch schon mal sowas aber hinten ist nur eine falle aber ihr braucht ihr nicht herkommen da hab ich mich doch vorhin schon aber irgendwie sowas endlich jetzt drüber gebaut achso hier geht's auch nicht weiter oder nö bitte nicht so kommen wir zurück gehen nee da geht's nicht weiter auch ach ich bin böse blöd bin ich nicht Ah, Watchmen wäre bestimmt reingefallen Ich bin reingefallen Na, von mir ein bisschen Warte Da kommen wir wieder hier raus? Oder ist das ein neues? Das ist ein neues Na, klasse Wir sind doch nicht manchmal aber im ersten durch Jetzt sind wir wieder Kisten Dann hören groß Wo fangen wir an? Wieder hier? Wieder gegenüber LOL Wo fangen wir jetzt an? Hä, wie? Hab ich doch gesagt, wieder gegenüber Ja, ne, hier ist ja nochmal sowas Wie nochmal? Hä, wo seid ihr? Fuck, ich muss hier weg Wir sind gegenüber reingegangen Ist auch das Lava Ich hab lefieren gefrückt, mir nicht Gegenüber ist ein Turm wieder Gegenüber von der Tür Wo wir rausgekommen sind Achso, wir sind jetzt gegenüber von der Leiter reingegangen Leiter? Moment, wo ist ne Leiter? Aber hier hat's auch nichts mehr Auf der Rückseite Also hier hat's zumindest noch nichts drin Dann kommen wir wieder zurück Dann kommt ihr wieder zurück Ich mal, was es hier drin gibt Wo bist denn du jetzt? Gegenüber von der Tür Okay Alter Ich weiß schon wieder sowas Halt doch mal Ach, jetzt wär so'n Ding Okay Kisten sehe ich Kisten Und ne Tripwire Wie krieg ich Tripwire kaputt? Oh, zu spät Geh jetzt wie nichts Kaputt Bye Hast du schon mal einen Abgang gemacht? Ja Hier durch Dummheit Hier ist eine Tür Ja, da war er doch grad drin Schade Tripwire kaputt einfach irgendwie war Egal Also ist man hier auch durch Okay Ja, ich bin hier hinten Da ist ein Komet gefallen Wo seid ihr? Ah, da rechts Von euch aus rechts Schwierig Ach Das wird so nix Nein Ich brauch mal wieder Ruhe So, gut Ruhe Erstmal die Kiste Ah ja Flame Problem ist Hier hinten hat ein Schalter Drei Schalter Hier gibt es ein Endor Gate Und hier sind zwei Jörn Ich guck grad mal, ob ich das entschlüsseln kann Ob meine Wettbewerbs dazu ausreichen Und hier hast du irgendwo nen Monolith Noll Scheiße Ja Bullshit Und ich bin mal wieder voll reingetappt Schon wieder im Limbus Unfähig Biest zum Gegner Wo ist hier was? Noll Okay, man kann die nicht entschlüsseln Die Schaltung Und was war das jetzt im Endor? Ich geh mal rechts rein Loll Aber ich dachte schon Ich folg dir wohl, die ich sagen Deckt das? Ja, ich Äh, Donald Gerade Wo bin ich jetzt rausgekommen? Noch weiter weg Alter, würdest du mich eigentlich verarschen? Was schmeckt, du bist hier noch mehr? Ich bin jetzt Ich bin jetzt in der Nähe Von diesem Von diesem Schloss Wo wir da Bist ein eingesperrt Da wo Und da ist Netherfest Oh, sorry Wo viele uns Wo wir einmal den Aufnahmestopp gemacht haben Da bin ich jetzt ungefähr auf der Höhe Da ist ein Stück Netherreck Was ist da? Hier ist eine Kiste Hier rechts Ne, da oben Hier ist glaube ich noch eine Tür Ja, hier ist noch eine Tür Schokopädie Ach, der hätte mal rauf gehen können Da ist noch eine Tür Zu einem anderen Wo? Hier Hier Oh, direkt daneben Okay Aber jetzt schau mal uns das nette Teil an, oder? Können wir mal machen Ich will mal Haus finden Wo es Ah, dieses Schwarz macht mich kirre Ah, lol Ich bin jetzt genau Ich habe das Schloss wieder gefunden Wo wir vorher ein paar Aufnahmestellens mal waren Wo wir ja auch beendet haben Okay Darf ich erst mal ab in den Süden Das soll obsidieren Oh, da geht es runter Ich bin ein Netterpotter Und hier Ja, stimmt, das ist ein Netterpotter Aber natürlich hat Lefant das Feuerzeug Ne, ich habe es sogar nicht mehr dabei Achso Natürlich bitte Wollen wir mal unten in die Tür Die hört sich Kann man machen Die hört sich irgendwie interessanter an Als die gleich nebenan Mutschmann, geh du mal vor Na, du machst alles kaputt Lass mich lieber Oh War okay Schon wieder so ein Dreieckraum Also wieder links Und da sind Fackeln überall Warte, ich habe jetzt nicht gesehen, was passiert ist Ach, ist das bitte sowas, oder wie? Ach, du stehst doch drauf Darunter Hm Na, das ist wieder so ein Adventure Ich bin jetzt auf den Spuren unserer Vorfahren, was? In unserer Vergangenheit Oh Mann, oh Mann, oh Mann Schon wieder so viele Türen Das ist krass groß, das Ding Ich gehe mal, Watchmen hinter dir gehe ich mal rein Oh, ist hinter mir auch da oben Okay, dann kommt wieder so ein Adventure-Teil Ja, die mag ich nicht Geh wieder runter Oh, hast du sie jetzt beschleunigt? Nö Gerade war das so Ich gehe einfach wieder oben rein Ah ja, jetzt bin ich wieder bei so einem End-Teil Und was muss man da machen? Watchmen weiß das bestimmt Watchmen, wo bist du? Was soll ich wissen? Mit diesem End Äh, keine Ahnung Ende-Portal Ich sehe dich gar nicht Okay Wo bist du? Ich bin da Rechts, links Ich weiß gar nicht, wo du bist Ich bin in den Türen oben reingegangen Hä? Hier sind 5000 Schalter 5 mehr, 5 Also ja, ich bin wieder raus, weil ich auch weiß, dass hier diese komischen Augen sind Keine Ahnung Das klicken Das runterklicken Einfach alles klicken Das war unten Das war so So, das hat es bewirkt Oh, da ist nach oben Keine Ahnung Mal die Augen resetten Wo bin ich? Ach, Watchmen Ah, geh weg Ach ja Ich habe doch gerade was gehört Nein, lass es unten Lass es unten Irgendwas bewegt sich da Aber jetzt muss ich jetzt mal wieder zurück Dieses Gesurr von den Viechern Geht mir nicht auf den Geist Ich habe da Angst Hier die Wand War die glaube ich da? Ne, die war nicht da Jetzt ist er weg Jetzt ist er da Ah, da ist eine Kiste Oh, ich habe hier noch so ein Portal gefunden Wo man rein kann Am besten wir nehmen das auch noch Und nochmal den gleichen Spaß Und ist was Interessantes dran? Ein Enchanting Book mit Effizienz 5 Ach, das ist voll Warum auch ein Berg? Sonst nix Gerade so ein riesen Bergbiome Ja, riesenbergbiome gekürzt ist genug Ich gehe jetzt In die Unterricht rein Aber hier gibt es keine Steine Hier gibt es nur Steine Da besteht komplett aus Steinen Und du jetzt an der Oberfläche Kannst du vorgehen? Kann ich Da ist TNT mit Kisten Wo? Ja Wo? Wo ist TNT? Ach, ich habe den Vulkan Hier unten drunter unter die Kiste Links, rechts und da kommt was runter Lass mich weg Lol Jetzt haben wir eine mega coole Schlucht hier Das ist voll riesig Kann man da reingehen, Shadow? Es ist jetzt alles explodiert